Die ganze Welt kennt das Wort Kindergarten. Man verbindet es aber nicht damit, dass es aus Thüringen kommt. Thüringen ist das Stammland des Kindergartens. Fröbel hat ihn entwickelt und Thüringen ist das Land, in dem Reformpädagogik einen weltumspannenden Siegeszug einmal hatte. Jenaplan, wie der Name schon sagt, kommt aus Jena. Heute haben wir in Thüringen das rückwärtsgewandteste Schulsystem der ganzen Bundesrepublik. 50.000 Kinder haben seit der Wende die Thüringer staatlichen Schulen verlassen, ohne einen staatlichen Schulabschluss. Das ist ein Skandal. Deswegen fordern wir einen neuen Aufbruch in eine Bildung, bei der längeres gemeinsames Lernen, auch als soziales Lernen verankert ist, in einem staatlichen Schulsystem, bei dem nicht ausgegrenzt wird, sondern integriert wird. Wir sagen integrieren statt selektieren. Wir sagen längeres gemeinsames Lernen. Wir möchten aber auch, dass es ein warmes Schulessen an den Schulen gibt. Wir möchten, dass nicht das Vermögen der Eltern darüber bestimmt, wie das Vermögen im Kopf der Kinder ist. Bildung ist unsere Zukunft. In diesem Sinne fordern wir ein anderes Bildungssystem für Thüringen. 83.000 § Vielen Dank.